Ja, Freunde und Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt los, Leute. Da fährt nämlich Max Pein. Max Pein, der schlingt... Was leckt der denn? Also manchmal hab ich das Gefühl, liebe Leute, dass... Das irgendwie so... Zumindest sieht es aus, als ob's lecken würde. Ich weiß nicht. Also wenn ich selber spüre, dann leckt das nicht, aber... Als Beifahrer, also wenn man zuguckt, wie die Leute mit dem Auto fahren, dann zippelt das immer so. Sag mal, ist das halt der Slot-Erhöhung, oder was ist das? War das vorher auch so? Also ist mir eigentlich noch nie aufgefallen, dass die Autos mal so zuppeln. Mal ehrlich. Ihr könnt ja mal unter die Kommentare schreiben, ja, wie für euch das Spielgefühl ist. Ist das gut, oder ist das irgendwie leckig geworden, oder sowas? Na, wir wissen, wir haben ja gerade auf 50 Slots erhöht. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt haben wir 45 Spieler online. Hm, Server fast voll. Vielleicht liegt das ja auch daran, weil das wäre ja Quatsch-Gram, also ehrlich. Und der weiß auch nicht, wo er hin soll, oder was. Außerdem ist es doch bei uns hier, wo und wir doch hier Lümmer ist. Da hinten ist unsere Burg. Lenkhoff, was ist mit dir los? Dabei, dabei! Lenko. Ist auch hier gefährlich nah an unserer Burg. Ist schon ein heftig ausgerüsteter Typ. Alter, guck dir das an. Ist da, glaube ich, auch erst zwei Tage Spielzeit, oder sowas. Man ist schon gleich wieder so fett unterwegs hier, ne? Kommt mir nicht damit an, dass wir wenig Loot haben. Obwohl, wenn ich selber loote, dann sieht's manchmal... Also, ich krieg ja nur Scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Allein, wenn du so ein SVD-Magazin oder so suchst, ne? Ey, das dauert ja echt lange, wa? Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht eher mehr Glück, oder sowas, ne? Also, zumindest anscheinend scheint, also, der Loot hier kein Problem mehr zu sein. Aber, Leute, wir dürfen nicht vergessen, der Patch war ja jetzt auch, ne? Und jetzt ist alles wieder anders. Also, das kann auch sein, dass jetzt wieder alles verschnellt ist und so. Ihr wisst es selber, man. Und dann müssen wir uns das mal angucken, ne? Was sich so alles jetzt verändert hat... Karsten! Was sich hier so alles verändert hat, äh, in Sachen vielleicht Loot und sowas jetzt, ne? Einer hatte schon geschrieben, äh, einmal kurz in den Bunker rein oder so. Und der hatte... Komplett die Taschen da quasi irgendwie voll oder so. Ich weiß nicht recht. Also, es hörte sich so an, als ob er meinte, da gibt's so mega viel Loot auf einmal. Keine Ahnung. Also, ich hab selber noch nicht gespielt als Spieler, Leute. Noch nicht zugekommen, bis das Video hier rauskommt. Ich hab ein bisschen voraufgenommen. Das geht nicht anders. Auch wegen diesen ganzen winterlichen Schneekatastrophen, die wir hier wieder fahren, haben in Deutschland und so weiter und so fort. Und? Ja. Also, der Patch auf jeden Fall müssen wir gucken. Ihr sollt nur wissen, dass das jetzt hier schon... Äh, das erste Video ist mit diesem neuen Patch jetzt. Der betrifft ja die Schlösser und so weiter und so fort. Ne? Lenko! Reiß dich am Riemen! Gefährlich nah an unserer Base. Was ist mit Karsten los? Kurde stehen! Lenko ist normalerweise nicht allein unterwegs. Der hat auf jeden Fall ein Team dabei. Wir werden's gewarmen. Was ist hier jetzt los? Was ist er hier schon mal auf Jagd oder was? Ja, Karschen verteidigt von hinten so ein bisschen so die Base. Er selber hält nix von den, ja, von der Kleiderordnung bei den Banditen. Er schwört auf seinen Kompasstaufenanzug. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich sag ja, eigentlich ist Quatsch. Guck mal, wie schwarz der ist, Alter. Du kannst auch schwarze Klamotten haben, oder? Ich weiß nicht. Aber vielleicht ist das die Psychologie. Vielleicht fühlen die sich so ein Unsichtbarer oder sowas mit diesem Kompassthempelanzug da. Quasi so eine Art Placebo-Effekt. Weil ich finde irgendwie im Grunde genommen, ja, ist krass, ne? Dass man den doch ziemlich sieht, so, ne? Um Schutz her ist es egal. Schutz bringt das nicht hier. Die Dinger da. Bringt keinen Schutz. Das ist eine Grütze! Guck mal, wie schwarz er ist, Alter. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, diese Anzucht, das ist alles so ein bisschen mehr Placebo. Ob du einen anhast oder nicht. Eigentlich haben wir bis jetzt immer die Spieler gesehen, oder? Seid mal ehrlich so, oder? Meint ihr nicht? Selbst von Weitem habe ich letztens auch gescoopt. Aber man hat die Spieler immer so erkannt, irgendwie. Chemolite ist im Auto. Okay, schöner roter Wagen. Ein bisschen zerkatzt, Leute. Solltest du mal reparieren. Und? Ja, der ist hier stand bei. Das bedeutet für uns, fahren wir erstmal weiter, ne? Und Quatsch, wir fliegen weiter, genau. So, Freunde. Wir sind beim orthodoxen Orthodoxy gelandet. Oh, das ist ja meine alte Hütte. Guck an. Wohnt da schon jemand? Tatsächlich. Unglaublich! Ich vermute zumindest, dass es da wohnt. Na, Orthodoxy. Willst du auch nochmal nachgucken, oder was? Oder gehören die Fenster so? Ich glaube, die hat... Ach, wohnt er da, oder was? Kann ich rein? Es gab keiner. Hier eine Malionesenwohnung. Ja, die Fenster wurden hier auf jeden Fall verrammelt, ne? Er lootet hier. Ich guck schon mal nach oben. Nö, hier ist doch gar keiner. Hat hier mal die Fenster gemacht, aber irgendwie wohnt hier gar keiner, ne? Guck an. Derjenige ist wohl umgezogen, wa? Er macht wieder zu. Ja, Lul! Nichts gefunden, wa? Orthodoxy! Auch einen roten Wagen, aber diesmal sportlich, getunt, mit weißen Streifen drauf und wir gucken weiter. Na, wem haben wir denn da? Julia Black. Ist das Julia heißen, oder was? Gu... Äh, ne. Guilia. Julia heißt der Handy, oder? Excel ganz angespannt mit einer UMP und... Nö, nö. Ultra-Schwert auf den Rücken. Sehr gute Wahl. Naja, aber die Kniffte weiß ich nicht, ob die gut ist. Aber sieht lustig aus. Vielleicht ist die aber auch falsch, Leute. Du musst den Griff festhalten. Das aussieht, ne? Leute, ihr seht's. Ja, was soll ich dazu sagen? Lande im Hintergrund, Freunde. Na, mal gucken. Kriegt ihr gleich eine Packung? Park nicht da. Ja, Leute, ihr habt schon gemerkt, wir sind hier im Event. Die kämpfen hier in dieser Stadt. Lande ist dort drüben. Bing. Doink. Lustiger Name. Opse. Boah, ich spiel auch immer ganz gerne in letzter Zeit diese Events hier. Das fetzt echt, ey. Alles mal rausberättern, was geht, ne? Ich mein, hier hat man nichts zu verlieren im Grunde genommen. Und du kriegst die ganze Zeit Punkte. Wie geil ist das? Oh, vollkommen kekse. Reiß die am Riemen. Richtig am Camp, Alter. Richtig am... Der nächste Camper, Leute. Das gibt's doch nicht. Was habt ihr eigentlich mit dieser Waffe? Habt ihr die... Haben die alle diese Waffe? Muss ich mal nachgucken. Haben die sie abgesprochen? Ja, das war ja eben schon eine andere Soundkulisse hier. Ne. Guck mal, er hat hier eine AK-15, Leute. Richtig so. Los, balle mal raus jetzt hier. Sehr gut. Sieht geil aus, oder? Der ist auch platt. Korbse macht die alle. Ne? Kaputt. Was hat er denn für eine Waffe, Alter? So schnell, warte doch, Mool. Hast du auch so eine Wurstknarre, oder was? Lass doch mal sehen jetzt hier. Ist das ein MP5? Ne, das ist bestimmt ein MK-18, ne? Tugend ist jetzt hab ich. Nö, 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 nö. Alter, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Nicht so schnell. Ich kann das nicht sehen. Denke mal, der MK-18, glaub ich, ne? Ja. Oder? Mann, vielleicht kannst du nicht mal eine Sekunde... Ja, MK-18, so. Mehr wollte ich gar nicht. Jetzt kannst du wieder rumlaufen. Nicht komponenten. Achtung. TMP. UMP down. Nächste, wie geht's dir? Jo, jo. Upp. Hat sie einen... Hat sie echt einen Opfer gekriegt? Das gibt's doch, ne? In die Lichter, die ganze Zeit. Wenn die hochkommt, würde sie mehr Kills kriegen, ne? Jo. Alle Platte hier. Pungus. F4X. Oha. Die sind gar nicht hier drin, ne? Die sind draußen. Leute, da muss ich euch was erzählen. Ich war auch hier, ne? Und dann hab ich einen laufen gehört. Und dann dachte ich, ja, wieso ist der denn? Wieso läuft der denn? Außerhalb des Dinges hier, ne? Dann hab ich hier so rausgekriegt. Äh, rausgeguckt. Und dann hab ich die ganze Zeit Schaden gekriegt. Aber ich hab so wie denen da, ne? Die liefen dann hier lang so, Alter. Dann hab ich denen erstmal eine Packung gegeben. Aber keine Ahnung, ob die Schaden gekriegt haben. Jedenfalls diese Spieler hier, ne? Die sind ja... Die haben ja mit denen gar nichts zu tun. Ah, guck mal hier. Der guckt... Der zielt da hin. Wissen die überhaupt, dass es ein Event ist? Wahrscheinlich wissen die das gar nicht, ne? Sieht man erst, wenn man näher rankommt. Pungus Sniper hat. Wie gemein ist das denn, ne? Ja, ich glaub, jetzt haben sie es gemerkt. Äh, da kannst du nicht durchschießen. Also die können von draußen wohl nicht da reinschießen. Und wir von drinnen nicht nach draußen. Aber was ich eben gemacht... ...habe... ...ist ja, dass ich hier rausgelaufen bin. Und auf den geschossen habe. Und dann flog... Also ich hab den auf jeden Fall getroffen. Ich weiß bloß nicht, ob der... ...Damage wirklich kassiert gekriegt hat, ne? Keine Ahnung. Hier ist ein Zombie irgendwo. Wieso ist denn hier ein Zombie? Haha. Guck mal. Jogginghose, so ist recht. Na, kommt das von mir jetzt hierher? Was hast du gefunden, oder was? Merkewürdig. Na, auf jeden Fall macht die Event auf jeden Fall richtig Bock. Wir gucken mal weiter. Ja, Freunde, wenn viele im Event sind, sind andere natürlich looten. Ja, super Frise, äh, Franzose. Und... Wo ist der andere jetzt hin? Wieso fällt der denn immer runter? Merkewürdig hier alles. Nova... Nova Space, wollte ich gerade sagen. Nova Opa? Alter! Was ist denn mit denen los? Guck ihn euch mal an, Alter. Alter, Technofreak. Er hat wahrscheinlich Kopfhörer auf. Yeah! Boom, 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 boom. Guck, wie dumm das aussieht, ne? Nova Opa, so heißt der, glaube ich, oder? Nova Opa 3, ja. Ja, merkwürdig, Leute. Das sind diese Anzeigefehler irgendwie, ne? Wie willst du denen denn snipern, weißt du, wie ich mein? Äh, wenn da so einer vor dir zuckelt, Alter, kannst du ja gar nicht platt machen. Tjunge. Der Franz. Zose. Wisst ihr, dass da der Name Franz im Bar Franzose drin ist? Na? Munami? Oder wie heißt das? Ich kann kein Französisch. Oh, Leute, er hat eine fette Schrotze. Guck dir das erstmal an hier. Äh, 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 ja. Sieht ja lustig aus, ne? Wie das aufgeklappt ist. Seht ihr das da? Ja, die Animationen sind echt geil. Von Scoom. Mit Doppel U. Wir spielen hier die deutsche Version. Also kommt mir nicht hier mit, mit Scum. Naja, in Scoom ist keine Art zu sehen, Leute. Es ist Scoom, ne? Deutsche Version. Ach, Leute, ich drehte da durch. Ich will auch mitspielen, aber ich muss ein Video als Drohne machen. Deswegen fliegen wir jetzt nochmal weiter. Thomas, Thomas, Thomas. Honey, nanny ist da hinten. Und das ist Kalle. Wer kommt da noch? Akku, Akku von hinten, Alter. Junge, was ist hier denn wieder los? Wir befinden uns in der Saftzone. Hier sind die PvEler glücklich. Nicht wahr, nicht? Auch wenn sie hier unter Strahlung stehen. Aber nun dann, liebe Freunde. So, guck an das, Thomas. Oha. Ein Zombie in der Safe-Zoom. Was ist da denn los? Holy Shit. Er wird geschaufelt. Helf doch den alten Mann. Geschaufelt und gelampft. Ja, Kalle wieder. Mann, Mann, Mann. Reiß dich im Riemen, Kalle. Das sieht doch lustig aus, ne? Wie so ein... Das ist so wie im typischen Horrorfilm irgendwie, ne? So, ne? Einer läuft mit dieser Lampe, der andere hat eine Schaufel als Waffe. Jetzt guckt er da erstmal hin. Oh, der hat aber einen kleinen. So voll runtergebeugt, ey. Schniedelwurz angucken. Also bitte, Herrschaften. Was ist hier los? Ja, Kalle wieder am Angeben hier. Macht hier voll auf Welle. Na. Du musst die Lampe auch anmachen. Wenn L oder sowas geht, das glaub ich, ne? So, was ist mit Honey? Honey, Nanny. Wohnst du hier? Im Grunde genommen brauchen die ja gar keine Wände, ne? Die darf ja eh nicht eingebrochen werden. Da, 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 da. Ja, Freunde. Die PvEler freuen sich. Die sind happy. Denn der neuste, letzte Patch war tatsächlich wieder mal. Für unsere PvEler. Na, da war einiges für die PvEler mit dabei. Und die sind alle happy. Aber, liebe Freunde. Wir hier auf der LP-Schmiede waren natürlich dem Patch schon voraus, ne? Ich meine, man kriegt zwar viel Hintergrund. Informationen und weiß ungefähr immer so, was auf einen zukommt, ne? Und oft denke ich auch, dass die Entwickler wirklich meine Videos gucken, um dann zu sehen, was ich mir so wünsche oder was hier für Fehler und Probleme so haben. Weil darauf folgende Patch ist meistens immer was drin, ne? In den Patchen, was ich so gesagt hab, was ich gern hätte und sowas, ne? So ist es auch bei diesem Patch hier ganz interessant. Denn, ähm, ja. Wir hatten ja immer Probleme mit der Sicherheit der PvEler. Und das haben die jetzt reingepatcht in diesen Patch jetzt hier. Das wisst ihr ja mittlerweile. Äh, dass man hier jetzt wirklich PvE-Gebiete setzen kann. Ja. Aber wir sind denen vorgekommen und... Das ist das Gleiche wie mit dem Tresor. Das sag ich euch auch. Das hab ich euch ja auch schon gesagt. Das ist auch ein Bestandteil, woran ich euch schon mal dran gewöhnen möchte. Weil der Tresor wird auch ein Bestandteil des Spiels werden. Wann ist immer ne Frage. Aber, Leute, ich, äh, zeig euch schon, ne? Was hier so möglich ist bei Scoom. Na, ja, und jetzt haben wir die PvE-Zonen dazu bekommen. Richtig nice. Und es braucht sich aber jetzt nicht viel umstellen, weil... Ich hab euch schon in den PvE-Zonen rein verfrachtet, damit ihr euch daran gewöhnt. Mhm. Mhm. Und... Rekordreiber, was ist denn mit dir los? Du bist hier außerhalb. Aha. Na? Ja, Leute, fast Serverfall. Also richtig viel los jetzt hier. Können wir bald auf 60 Slots hochmachen, wenn das so weitergeht, ne? Ja, wenn genug Spieler da sind, dann ist es auch gar kein Problem. Dann ballern wir den Server ruckizucki auf 60. Ne, nur, ich möchte halt natürlich als Serverbetreiber auch eben, äh, dass das dennoch genutzt wird, ne? Kriegt ja nix, wenn man 60 Slots hat. Und dann sind immer nur 30 drauf oder wie auch immer. Na, es ist schon schön, wenn dann ab und zu immer voll ist, der Server, ne? So, Reiko, was findest du denn hier Schönes? Ein Bogen. Ein paar Öhrchen und Schraubendreher. Naja. Man muss dazu aber sagen, dass es aber ganz schön viel Loot hier auf den Hochsitz. Normalerweise gibt's ja eigentlich nur eine Sache, ne? Weißen liegen hier Socken oder Unterhosen drauf? Baseball... Also das war vor dem Schwert, war das hier meine Lieblingswaffe. Mit Baseballschläger mit, ähm... Nägeln tatsächlich dran mit gepimpten Nägeln. Die machen das aber auch den, wirklich den Unterschied, die Nägel. Müsst ihr mal ausprobieren. Auf Zombies kloppen mit Nägel und ohne. Also das ist wirklich nur ein Unterschied mit Nägel. Hat das Ding schön Wumms. Ja. Reiko. Ja, die anderen machen Party da hinten. Und wir schauen mal... Weiter. Ja, der Schmocker... Der verteidigt seine Burg. So sieht's dann aus, tatsächlich. Ja, und wenn ihr jetzt hier irgendwo durch den Wald lauft, ne? Na, dann sieht der Schmocker das und ist gewahren, ne? Und wenn ihr Pech habt, dann ballert er sogar. Man weiß es nicht, Leute. Man munkelt. Na, wem haben wir denn da? Jill Valentine. Yay! Jill, bist du endlich da? Ja, als eingefleischter Resident Evil Fan, Leute, von Folge 1. Ne, Resident Evil 0 gab's da sogar schon. Bis 8, tatsächlich, der alsbald ja erscheinen wird, der Titel. Ich freu mich schon richtig drauf. Ich glaub, Mai oder so. Und den werd ich mir natürlich gönnen. Ich bin auch wirklich begeistert von den Resident Evil Teilen. Allerdings muss man auch sagen... Ja. Teil 6 war, fand ich nicht gut. Das war der Schlimmste. Das hab ich auch gleich, glaub ich... Ja. Also da war ich den Tränen nah. Weil ich war ja das Resident Evil von früher gewohnt mit Horror-Effekten und sowas. Und das... 6 war einfach für mich nur noch Ballerei. Das war schrecklich. Ich hab da geheult zum Schluss in der Ecke. Nein, was haben die da aus Resident Evil gemacht? Und da haben, glaub ich, so viel sich dran erbrust, dass die dann in Resident Evil 7 ging's dann zurück. Das war sehr gut, Resident Evil. Und 8 wird sicherlich auch wunderbar werden. Allein der Titel schon. The Village und sowas, ne? Da freu ich mich schon drauf. Ach, ich liebe sowas. So Dörfer, so. Und dann da so wie Resident Evil 4. Ja, mein, äh... Ja, mit... Mein Lieblings-Raisy. Richtig geil. Mhm. Liebe Freunde. 5 war schon ein bisschen extra reich. Ich hab ein paar Szenen drin, die genervt haben. Aber, Freunde, wir sind hier bei Scoom und nicht bei Raisy. Aber wenn die Leute hier so heißen, ne? Dann komm ich natürlich in Wallung. Genauso wie mit Demolition Man. Schöner Film. Ne? Ich weiß immer noch nicht, wofür die Muschel ist. Grins. Wofür ist die Muschel? Na, kann es mir einer schreiben? Ich kann mir das nicht vorstellen, wofür die ist. Keine Ahnung. Na? Aber nun gut. Demolition Man hab ich gefeiert. Sehr schöner Film. Und, Leute, ich muss euch das mal kurz zeigen. Aber ihr kennt's ja alle schon. Auch der Patch ist hier alles neu. Demolition Man bricht nämlich, ja, mit der Brechstange dieses Ding da auf. Die Türen, das ist jetzt möglich. Man muss nicht immer knacken. Man kann jetzt auch mit Brechstangen diese Fächer aufknacken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Aber ich denke mal, das wissen schon viele. Vielleicht hab ich wahrscheinlich, bis dieses Video rauskommt, schon ein Infovideo rausgemacht über den Patch. Das kann gut sein. Ich weiß es selber nicht. Manchmal ist das ein bisschen kuddelmuddel alles. Ja, weil manchmal kommen man die Patch einfach so und dann musst du deine Videos wieder anpassen und so. Ja, ist immer nicht so leicht, ne? Aber machen wir schon. Das kriegen wir alles hin. Neu ist natürlich auch, ähm, dass hier die Uhr runterläuft. 20 Minuten lang hält dieser Cargo. Danach explodiert er. Ähm, Locket heißt, dass die ganzen Fächer abgeschlossen sind. Äh, da steht dann, ähm, ähm, open dann natürlich, wenn die Fächer geöffnet werden. Aber Leute, kurz, äh, vor der Explosion passiert das. So, ich weiß nicht, 25 Sekunden oder sowas. Bevor der explodiert, ist hier eine Elektrik drin, dass die Türen alle aufmacht. Aber naja. Bis es soweit ist, hat man die Türen geknackt, wenn ihr gut seid. Oder eben aufgebrochen tatsächlich. Das dauert bloß natürlich seine Zeit. Man sieht's, wie doll er da am Rackhahn ist, der Demolishman. Passt sogar jetzt tatsächlich zu seinen Namen. Er demoliert ja hier quasi die ganzen Schränke, die er damit aufbricht, ne? Also eine hervorragende Idee von den Entwicklern, äh, das Brecheisen jetzt einzuführen. Dass es auch wirklich so einen Nutzen jetzt wirklich hat in dem Bezug von diesen ganzen, ja, Schränken etc. Finde ich super. Ich bin begeistert. Also, auch dieser Patch wieder richtig klasse. Na, da freu ich mich wirklich. Die Entwickler sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, so wie ich mir das hier vorstelle. Und, ja, der nächste Patch soll dann 05 sein. Und das wird ein riesiger, massiver Patch sein, Leute. Und ob wir denn ein Vibe machen oder nicht, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Damals hieß es, es wird kein Vibe benötigt werden. Dennoch kann das vielleicht unter Umständen, ja, dazu kommen. Also, dass ihr denn alle Bescheid wisst, ne? Diese Vibes sind nicht, um die Leute zu ärgern oder sowas. Wir alle haben gelevelt, wir alle haben Häuser gebaut und sowas, ne? Und, äh, es ist ein Early Access Spiel und es muss auch allen klar sein, dass jederzeit, ja, was gelöscht werden kann. Auch, dass die Charaktere sind, die Welt, die Häuser, was weiß ich was. Durch Patch sind jetzt auch viele Schlösser wahrscheinlich kaputt gegangen und sowas. Es ist ein Early Access Game, es ist noch nicht fertig. Und wir wissen alle, wie gesagt, dass man jederzeit irgendwas verlieren kann. Auch durch Bugs und so weiter und so fort, ne? Also, da sollte sich keiner dran anstoßen oder aufstoßen oder wie das heißt. Da sollte sich halt keiner dran stören, dass dann vielleicht ein Vibe kommt und alle neu anfangen müssen vor dem Hintergrund, dass der Patch halt auch so immens wird, Leute. Und so viele Neuerungen reinbringen wird. Außerdem wird das Land ja vergrößert werden um ganze acht bis neun Sektoren. Das ist eine unheimliche Menge natürlich noch, Leute. Und deswegen sage ich da vorsichtig, ich weiß es nicht, aber kann vielleicht sein, dass man, dass man dann nochmal ein Vibe macht. Das ist halt dann einfach so, ne? Aber, wie gesagt, der Server wäre dann theoretisch frisch. Alle fangen wieder bei null an. Wir stellen das dann wieder alles so optimal auf den neuesten Patch dann ein. Und, ähm, ja, wir können uns dann auch drauf einstellen, halt, auf diese Sachen, weil man muss als Server-Treiber auch immer manche Sachen wieder überarbeiten, die man so nicht geplant hat. Das ist halt einfach so, ne? So, liebe Freunde, wie sieht's da aus? Er knackt noch fleißig. Naja, er bricht noch fleißig. Knackt tut er ja nur nicht, ne? Also. Es bringt nix zu sagen, ich warte ab, bis der und der Patch kommt oder sowas und spiel dann erst, weil im Grunde genommen weiß man nie, wann der Patch kommt. Wir haben vor einem halben Jahr fast circa ja schon gesagt, ja, jetzt kommt der Patch 0.5, ich warte dann mal, äh, bis der neue Patch kommt, mach so lange Scoom-Pause, ne? Ja, und ein halbes Jahr später ist der Patch immer noch nicht da. Also, es bringt nix. Spielt einfach, wenn ihr Bock habt, Scoom, scheiß drauf, ob ein Patch da ist, scheiß drauf, ob ihr irgendwas nach der Zeit verlieren werdet oder gelöscht werdet oder sowas. Es geht ja um den jetzigen Spaß, den wir hier haben, ne? Und nicht um, äh, dass man hier zehn Jahre ein und dieselbe Burg hat oder was auch immer. Scoom ist halt das Spiel so, dass man eben was verliert. Das ist halt Bestandteil von diesem Spiel. Ja, dass eben viel kaputt geht und so weiter und so fort, ist halt so. Hier sollte man keine Verlustängste haben. Auch als PvEler im Übrigen nicht. Bei Bugs und sowas und so weiter und so fort. Oder die Vibes, die erwischen natürlich alle. Und nicht nur die PvP leer. So, da habt ihr aber schön abkassiert, ihr kleinen Schlingel. Nicht wahr, nicht? So, so. Guckt sie euch an, die lümmeligen Lümmel, die... Schill reiß ich ab ihm. Demolisch, ich meine, wie sieht die denn aus? Hast du auch schon mal bessere Tage hinter dir gehabt, ne? So, wir wollen nochmal eben kurz gucken, wie sieht es jetzt halt mit der Tür aus, äh, mit den Dings hier aus. Sieben. Sieben ganze Minuten, um Gottes Willen. Ja, wir warten jetzt nochmal eben kurz und dann zeige ich euch dieses hier nochmal. Habt ihr das Klacken gehört? Jetzt sind die ganzen Fächer aufgegangen. Ihr habt dann, ja, 26 Sekunden, so sah es aus. Zeit, hier nochmal alles rauszuräumen. Aber, wenn ihr mich fragt, Leute... Sehr laut. Aber, wenn ihr mich fragt, Leute, ist das alles so ein bisschen zum... Ja, mit Vorsicht zu genießen, sowas hier. Na, wenn man da mit, äh, der 26. Sekunde vor der Explosion dann auch dann was rausholen will. Also, das ist sportlich, muss ich dazu sagen. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden, ne? Ja, Freunde, viele, viele sind am Bauen tatsächlich wieder und auch in ihren Burgen beschäftigt. Ähm, aber der Volker, Leute, der ist draußen unterwegs in dem Bukerchen und gönnt sich. Jo, ein paar schicke Sachen wahrscheinlich, wenn man munkelt. Ich sehe jetzt hier sonst keinen weiter. Er scheint verglückt zu haben. Sind wir hier im Eisland oder was? Ja, sieht nicht so aus. Er atmet keinen, ja, Hauch aus oder wie nennt man das? Er hat keinen Mundgeruch. Schicke Uniform im Grunde genommen, ne? So ein bisschen weiß-schwarzlich. Jo, passt eigentlich, dass es etwas anhat, ne? Jo, kann man so sagen. Ich finde es immer schade, dass man so schnell Hitze... Ja, Hitzeschaden kriegt. Hitzedamage, wenn du so diese Maske anhast halt. Mütze auf und Handschuhe, ne? Meistens kommen dann wirklich schnell auch diese Hitzechen. Und dabei würde ich doch selber gerne als Bandit auch so eine Maske tragen. Aber ich trage sie einfach nicht, eben wegen diesen Hitzeproblemen immer, Leute. Mützchen reich. Meistens ziehe ich schon die Handschuhe auch mittlerweile aus. Aber, Freunde, es kommt immer ganz drauf an, welche Region... Ähm, ihr wohnt, ne? Natürlich. Ne? Im Eisland braucht man natürlich weniger solche Sorgen zu haben. Und die Leute, die im Süden sind, die müssen ein bisschen weniger anziehen, ne? Kuckuck. Kleiner Volki. Guck raus, wie schön die Welt ist. Gleich... Hitsch. Hitsch. Aber er hat Glück gehabt. Keiner hier. Gut, Freunde. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Oder abends im Livestream. Und dann... Und bis dann. Dann sehen wir uns morgen wieder.